Was geht ab YouTube? Der Actix ist wieder back am Start mit einem neuen GTA 5 Video für euch. Und zwar habe ich heute mal wieder einen neuen Glitch für euch. Und zwar wie ihr einfach in der Luft schweben könnt. Hinter der Bahn so hinterher. Richtig lustig sieht das aus. Damit könnt ihr eure Freunde trollen und alles. Und ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet. Und natürlich abonnieren würdet, um nichts mehr zu verpassen. Die Credits gehen an Freightrain.WhatTheFudge. Link zu ihm ist natürlich in der Beschreibung. Und ja, ansonsten kommt erst mal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Was ihr für den heutigen Glitch machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst euch zu einem Bahnhof begeben, der hier auf dieser Karte ist. Ich zeige euch das im Hintergrund. Im Gameplay selbstverständlich. Und ja, dann begebt ihr euch erstmal zu diesem Punkt, wo dieser Bahnhof ist. Ihr könnt auch zu einem x-beliebigen Bahnhof, aber da auf jeden Fall ist einer. Dann geht ihr in die Tür rein, wenn ihr die Bahn anhält. Ihr lebt euch so innen an die Wand, an der Tür. Und aimt dann einmal nach draußen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie das geht. Und dann aimt ihr ein bisschen nach links unter die Bahn. Und dann seht ihr, ihr seid außerhalb der Bahn, aber eigentlich seid ihr noch in der Bahn. Also das ist so eine Psychologie. Und dann wartet ihr einfach, bis die Tür zugeht. Bis die Bahn losfährt. Und dann hört ihr einfach auf zu aimen. Ihr seht das im Hintergrund, also als Gameplay. Ich habe das jetzt einfach ein paar Mal probiert. Ich sehe es gerade parallel nicht, deswegen, weil es gerade irgendwie rumlägt. Ich glaube, jetzt solltet ihr das sehen. Dann hört ihr einfach auf zu aimen und dann schwebt ihr einfach in der Luft hinter der Bahn hinterher. Richtig, richtig cool. Damit könnt ihr eure Freunde richtig geil trollen. Ja, die Credits sind von, also die gehen an Freight Train, what the fudge. Link zu ihm ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Selbstverständlich schaut bei dem Jungen vorbei. Er hat 60.000 Abonnenten oder so. Richtig cooler Typ. Er findet auch mal richtig coole Glitches. Und ja, ansonsten, ja, macht das auf jeden Fall. Schreibt es mir in die Kommentare, ob es bei euch geklappt hat oder nicht. Ansonsten schreibt mir bei Skype. Ich helfe euch gerne. Und ja, sorgt dann dafür, dass ihr es hinbekommt. Und ansonsten würde ich sagen, lasst euch mal einen Daumen hoch und da. Würde mich für euch mal freuen. Ansonsten Abonnenten nicht vergessen. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.